Ja, dann an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir gehen jetzt angeln mit den kleinen Jack und bringen ihnen das Angeln bei. Äh, Tup, dann er, ah hier, okay, so. Wir brauchen ein paar Bete. Käse. Ich werde ein paar Cheese. Cheese? Der schmeier, der besser. Jetzt, schiebe deine Linie, schiebe die Rode zurück auf deine Beine und bringe die Rode in eine schmerzende Bewegung. Use deine Reste, nicht deine Elbe. Du möchtest das? Ja, gut. Alles wir jetzt machen, Jack, ist warten für ein Fisch, um den Bait zu nehmen. Wie weiß ich, wenn ich ein Bait habe? Wenn du fühlst, dass du den Bait auf deinem Fisch steckst, nicht mehr schlafen sie. Das bedeutet, dass du jemand nimmst. Wenn du fühlst, das ist ein Fisch für den Bait, also schlafen sie schwer. Was ist schlafen bei deinem Fisch, Uncle Arthur. Ja, Mann. Da, Mann. Ja, Mann. Das ist ein Fisch. Es ist fast so klein wie du. Wir sollten wirklich die kleineren, wiederholen die kleineren. Wir geben ihnen eine Chance, um ein bisschen zu entwickeln. So? Ja, Mann. Kann ich ein Bait aus dem Fisch? Ich will etwas machen. Okay. Ich will ein paar von den Baitern. Ich werde zurück. Okay. Wir sehen, was da ist baut. Ich will eine Baitern. Also, hier ist gut. Ja, und da mal wieder einen. Oh. Na, wir gehen mal kurz zu ihm. Na, wir gehen mal kurz zu ihm. Aber dann, etwas passiert. Und du kannst du Essen für Tage bekommen. Wirklich? Wenn du Glück bist. Aber bis dahin, du bist einfach... ...sit und warten. Und versuchen nicht zu bemerken. Es ist gut für dich. Es ist gut für dich? Ich denke. Hm. So. So. Dann bin ich mal gespannt, Kleiner. Na, komm schon. Oh, oh. Oh. So. Ja. Arthur Morgan. Van der Linde's most trusted associate. So. 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 예. So. 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 ein Pferd reingesteckt. Sind die noch hinter uns oder so? Wie ich gesagt habe, nicht über sie. Der Welt ist voll von Menschen verabschieden. Deswegen haben wir alle uns. Wir schützen dich. Leute wie sie. Wie ist diese Klappe? Du hast es immer noch, nicht wahr? Ja, ich habe es. Gut. Du möchtest du Pferd? Es war okay, glaube ich. Es ist viel zu warten. Es ist. So, Kleiner, dann steig mal ab. Wieder Pixelfehler. Da bist du! Wie haben die Kinder geklappt? Great! Wir haben einen Fisch. Und ich habe dir dieses Klappe gemacht. Ist das so schön? Nicht der Glückste, ist es? Hattest du Herrn Arthur? Keine Mühe. Wir hatten eine gute Zeit. Nichts. Ich habe nur ein paar Leute gesehen. Ich hätte lieber sprechen mit Dutch. Okay. Hey! Du hast wirklich gut gemacht, Kind. Danke! Wir haben einen Problem. Was? Ich habe nur ein paar Leute gesehen, neben der Rive. Ein Mann namens... Milton. Und... Ich weiß nicht den anderen Mannen. Ross. Milton und Ross. Und? Wir haben die Arbeit der Pinkerton-Dietektivität. Und sie wissen, dass wir hier sind. 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 Sie wissen, dass wir hier sind. Und sie wollen dich, Dutch. Und sie haben mir meine Freiheit in exchange. Und sie haben. Warum hast du das nicht? Sehr lustig. Aber was machen wir jetzt? Jetzt. Ich sage, dass wir nichts tun haben. Ansonsten. Wir versuchen uns zu schrauben. Und wir machen etwas schraubiges. Wir haben einen Schraubiger. Wir haben sie übernommen. Wir haben sie übernommen. Wir haben nur einen Schraubiger. Wir haben nur einen Schraubiger. Okay, okay, okay. Also nichts tun. Gut. Äh. Hat der gerade geforzt? Ach. Falsch gedrückt. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Hier hin? Okay. Dann here we go, würde ich sagen. Ja. Geht das eigentlich noch? Moment kurz. Ich muss noch ganz kurz was testen. Halt. Halt. Na. Komm schon. Oh. Nee, scheint nicht mehr zu gehen. Schade. Oh. Ups. Entschuldigung. Hat man da jetzt irgendwas gesehen? Nee, nicht wirklich. Okay, gut. Das ist perfekt. Aber ich krieg das nicht hin. Mit den... Egal. Haben keine Zeugen. Und ich hab ja auch keinen verletzt. Ne, darf man nicht vergessen. Okay. Ja. 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 Bitte. Warte. Ja. 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 Und lass es. Lass es. Okay? Dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.